Ich hab die Hose von gestern. Ich hab die Hose von gestern. Hi, Ginny! Mazzeln! Komm hier! Guck mal, wie schicka! Sehr schön! Haben wir das Telefon wieder angekriegt? Ich hab meinen Mandi auf. Da musst du gucken, wie die Bibi macht. Das ist doch komisch. Ohne Beine zu heben. Geht doch gar nicht. Ich hätte tickeln. Da ist irgendwas. Wo hast du den gerade gesehen? Maxi, guck mal. Komm und üben, dann hat sie genau gesehen, wie man man... Maxi, guck mal! Mach sie! Guck mal, ihr lach hier! Gehen wir weiter, Maxi. Komm, komm, komm! Und beim zweiten Mal ist sie krank geworden. Aber sie würde am Wald bleiben, die kassieren. Tja, dann musst du das jetzt, seit ich glaub ein paar Wochen später, musst du das dann machen lassen. Da ist die Hose. Komm! Komm, schick! Komm, schick! Ab trabalhar um allen, geht da. Applaus Kczenieig! Schick! Untertitelung des ZDF, 2020